Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Woche habe ich Nico Kamensky als Gesprächspartner dabei. Nico ist der Gründer von Morningfame, einem Tool für die Keyword-Recherche für YouTube. Herzlich willkommen, Nico. Und ich finde das Thema doppelt spannend. Denn einerseits, wenn du meinen Newsletter liest, weißt du, dass ich versuche, YouTube dieses Jahr etwas ernster zu nehmen. Und du hoffentlich auch. Und da ist Nico der Experte dafür, um uns helfen zu können bei all den Fragen rund um, wie schaffe ich es auch 2021 auf einem total vollen YouTube vielleicht noch Sichtbarkeit und Reichweite zu erzielen. Das ist eine Frage, die mich umtreibt. Und was mich natürlich auch interessiert, ist, wie Nico dazu kam, Morningfame zu gründen. Denn es gibt ja schon andere Tools und Anbieter. Und wie sieht das Marketing eigentlich hinter so einem Tool aus? Wie macht man das? Und all diese Fragen werden wir hoffentlich in den nächsten 40 bis 50 Minuten besprechen. Lieber Nico, du bist gerade in Seattle. Eigentlich bist du aber in Berlin oder auch nicht? Also ich dachte zumindest, du seist in Berlin. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, genau. Hast du recht. Ich erfasste. Also ich komme aus Berlin, bin momentan in Seattle, komme auch glücklicherweise bald wieder nach Berlin zurück. Warum glücklicherweise? Ist das Wetter auch nicht besser in Seattle? Naja, man fühlt sich dann doch wieder zu Hause in Berlin, ganz stark. Also jedes Mal, wenn ich zu Besuch komme, das ist einfach ein ganz anderes Feeling. Obwohl man muss sagen, Seattle ist so ein bisschen, dass Berlin nochmal eine Nummer schärfer. Die Stadt ist sehr ähnlich, aber man hat die Berge drumherum und den Strand. Also das kann man schwer toppen. Und sehr guten Kaffee irgendwie für mich hat, das ist das unschlagbare Klischee, glaube ich. Ich war noch nie in Seattle. Ich war immer mehr an der Ostküste, deshalb kann ich da zu wenig sagen. Okay, vielleicht starten wir mal damit. Erklär doch mal, was Morningfame eigentlich macht, weil ich glaube, das ist ein guter Einstieg, damit meine Zuhörer verstehen, worüber wir hier reden werden. Ja, genau. Also generell ist es ein Tool, was euch hilft, euren YouTube-Kanal zu wachsen. Da gibt es ja andere Anbieter auch. Also TubeBuddy und VidIQ sind sehr ähnliche Werkzeuge, die genau das gleiche Ziel verfolgen. Natürlich, wie es immer ist, jedes Werkzeug hat so seinen eigenen Spin auf die Sache und hilft auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Ich konzentriere mich vor allen Dingen auf kleine YouTuber sehr stark, weil ich denen eben helfen möchte, die komplexen Dinge auf YouTube besser zu verstehen, intuitiver zu verstehen. Und dementsprechend habe ich Analytics entwickelt, die ein bisschen intuitiver sind als das, was man zum Beispiel im YouTube-Studio bekommt, obwohl das neue YouTube-Studio natürlich sehr schön geworden ist heutzutage. Aber trotzdem habe ich dann eben nochmal einen, wie gehe ich tiefer rein, macht das intuitiver. Und dann natürlich eins der Hauptthemen, und das ist quasi die zweite Hälfte von Morningfame, dass das Werkzeug dir hilft, deine Videos in der Suche zu ranken. Also quasi auf YouTube, wie man das auf Google kennt. Für Google gibt es auch Unterstützung, aber wir konzentrieren uns hauptsächlich auf YouTube, dass die Videos da erscheinen, dass man da eben gezielt das Publikum bekommen kann, was ihr braucht für euer Business zum Beispiel. Eben, was man ähnlich kennt mit Content-Marketing auf den Blogs, die ihr bestimmt auch schreibt, dass man dann mit den Videos das Gleiche verfolgt. Eben informative Videos zum Beispiel, aber Entertainment ist natürlich genauso möglich, dass man die platziert so, dass man dann neues Publikum auf seinen Kanal kriegt und dann hoffentlich auch eben quasi dann dieses Publikum konvertieren kann in die besten Fans auf dem Kanal, die dann auch die eigenen Produkte kaufen und so weiter. Okay, also genau, ich habe, also eigentlich fallen mir dazu gleich mehrere Sachen ein, wie ich sagen muss. Das Erste ist, und darüber sprechen wir gleich ausführlicher, dass man YouTube ohne strategische Keyword-Recherche auch in die Tonne kloppen kann. Das ist ein bisschen so wie ein Blog schreiben ohne Keyword-Recherche. Funktioniert nicht so gut, genau. Aber was mir an eurem Tool so gut gefällt, ich hatte vorher TubeBuddy und ich sehe mich selber als relativer Anfänger bei, also als Anfänger bei YouTube, auch wenn mein Kanal schon viele Jahre alt ist. Ich habe da nie wirklich Energie reingesteckt. Aber die meisten Statistiken erschlagen einen eher und ich finde, bei euch ist es sehr schön, dass das alles sehr optisch dargestellt ist, wo ich mal denke, ja, so sollten eigentlich Statistiken immer aussehen. Vielleicht könnte Google Analytics da auch mal ein bisschen mehr in die Richtung was machen. Okay, aber vielleicht, also ihr seid eher für die Kleinen. Das sind ja genau Leute wie mich oder meine Zuhörer. Und wie kamst du darauf? Hast du, oft entwickelt man ja eine Sache, weil man selber ein Problem hat oder weil du die Angebote da draußen siehst und denkst, ich finde dich alle nicht so richtig gut, ich will was Eigenes machen. War das so oder wie kamst du auf die Idee, das Tool zu entwickeln? Also es war so über ganz, ganz große Umwege, kann man sagen, am Ende des Tages. Also am Anfang, das war jetzt vor sechs Jahren, habe ich eben überlegt, ein eigenes Startup zu gründen und damals habe ich sehr viel Open Source Software entwickelt. Und für Open Source Software Entwickler gibt es auch sowas wie Social Media Seiten, wo man dann Likes kriegt und Follower kriegt und so weiter. Und dann habe ich halt eben angefangen, ein Analytics Werkzeug zu entwickeln, damit ich immer gucken kann, habe ich einen neuen Like gekriegt oder einen neuen Follower für meine Open Source Software Projekte. Und damals habe ich dann eben sehr schnell gemerkt, es macht Sinn, dass man eben so eine Analytics Oberfläche baut, wo aus verschiedenen Quellen, also für Open Source Software Entwickler, aber auch Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube war auch schon mit dabei, eben so ein Dashboard entwickelt, Analytics Dashboard, was alle Zahlen zusammenbringt und dass man das eben ganz bequem jeden Morgen prüfen kann. Daher kommt auch so ein bisschen der Name in Morningfame. Jeden Morgen prüft man und hoffentlich ist man dann plötzlich famous geworden. Ich warte noch auf den Moment, aber der Name beschreibt es schon mal. Wie auch immer, damals diese Plattform mit den verschiedenen integrierten Seiten wie Twitter, Pinterest und so weiter, hatte das große Problem, dass ich nicht so sehr in die Tiefe gehen konnte. Also man muss dazu sagen, ich bin Solopreneur. Das heißt, hinter Morningfame steckt wirklich nur ich hinter. Alles, was ihr seht, ist von mir gemacht. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, als ein Entwickler kann man nicht so viel entwickeln, wie man das von der Konkurrenz kennt. Das heißt, du bist auch für dein Marketing zuständig. Du machst alles selbst. Genau, ja. Also ich bin natürlich viel unterstützt, auch von Affiliates, die dann entsprechend ein großes Publikum haben, was dann sehr stark das vereinfacht. Aber ja, genau. Also ich muss alles. Von Marketing bis die tiefsten technischen Themen bis runter zu Customer Support oder was halt eben dafür nötig ist. Darf ich fragen, war das so eine Wahl, die du getroffen hast? Ja, gewissermaßen schon. Also ich habe in der Vergangenheit sehr viel mit Teams gearbeitet in meinem bisherigen IT-Job. Und ich wollte nicht so sehr die Abhängigkeiten mehr haben, mit Mitarbeitern dann eben sich darum kümmern müssen und so weiter. Mein Wunsch war es dann schon, etwas zu machen, was ich selber allein stemmen kann, sodass einfach der ganze Stress mit dem Team, das ist halt so meine Art. Andere Leute ticken anders und dementsprechend ist mir sehr wichtig, dass es so bleibt. Es ist wirklich eine schöne Freiheit an der Stelle und deutlich weniger Sorgen, auch nicht einfach dann am Ende des Tages. Aber ja, das ist ein so ein Wunsch. Nur habe ich, so wie ich angefangen habe, hat es halt einfach nicht funktioniert. Die Tiefe der Analytics war nicht wertvoll genug. Und wenn man 15 verschiedene Plattformen integriert, wie Facebook, Twitter und so weiter, dann kann man am Ende des Tages nicht so sehr viel für die einzelne Plattform leisten. Dann allerdings habe ich gemerkt, dass die Integration für YouTube bei meinen Beta-Testern damals am besten angekommen ist. Und dann habe ich mich entschieden, nach anderthalb Jahren, ich muss das, was ich programmiert habe, wegschmeißen. Komplett anderthalb Jahre Vollzeit. Das ist schon eine schwere Entscheidung. Das wäre schmerzhaft. Aber es ging nicht. Es wollte keiner kaufen, geschweige denn noch nicht mal benutzen. Und da, was sollte ich machen? Also habe ich alles weggeworfen und nochmal mit YouTube komplett neu angefangen. Und da ich mich jetzt nur auf YouTube konzentriert habe, habe ich dann auch die Zeit gehabt, in die Tiefe zu gehen. Und diese Tiefe hat mir dann letztendlich dazu verholfen, dass Morningfam wirklich ein Werkzeug ist, wo sehr viele Leute begeistert sind von, was einfach auf dem Markt mithalten kann, obwohl ich immer noch nur eine Person bin. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass du das alles alleine schmeißt, zumal ich ja auch im Kopf habe. Ich hoffe, du siehst mir jetzt nicht übel, aber du bist ja eher ein Entwickler. Also nicht eher, sondern bist du. Und Entwickler und Marketing, also ich habe früher auch ganz lange in Startups gearbeitet. Das hat immer nicht so gut zusammengepasst. Ja, es war nicht einfach. Die Entwickler reden über Feature, Feature, Feature und die Marketingperson sagt immer, wir müssen an den Kunden denken, wir müssen an den Kunden denken. Deshalb finde ich das doppelt beachtenswert, wie du das alles unter einen Hut bringst. Aber Morningfam scheint sehr gut anzukommen, denn mir wurde das Tool empfohlen von einer Kundin, die jetzt eher eine Freundin ist, nicht eher, sondern ja, also Kundin, schräg, schräg Freundin, die das Thema Video machen unterrichtet und dann natürlich sich auch mit YouTube beschäftigen muss. Und ich selber habe einen YouTube-Kurs gemacht letztes Jahr bei einer Amerikanerin, die hat immer TubeBuddy hoch und runter empfohlen und da hatte ich aber eher den Eindruck, dass ich mir nicht sicher war und das wäre so eine meiner Fragen für dich, ob TubeBuddy und auch die anderen Tools, die basieren ja alle auf Englisch und auf dem amerikanischen Markt, ob das eigentlich so übertragbar ist auf den Deutschen, auf das deutsche YouTube, weil ich dazu online, als ich das damals recherchiert habe, sehr viele widersprüchliche Meinungen gefunden habe und das mich einfach sehr beschäftigt hat, ob diese TubeBuddy-Geschichten, die mir angezeigt werden, für alle, die jetzt zuhören, TubeBuddy ist auch ein Keyword-Tool, ein sehr mächtiges, großes, ist auch eine Chrome-Erweiterung und kann sehr viel, ist auch relativ teuer. Und ich war mir immer nicht sicher, ob diese Ergebnisse, ob TubeBuddy eigentlich Deutsch kann, also um es mal platt auszudrücken, weil wenn ich in meinem Keyword-Tool, welches ich habe, wofür ich auch bezahle für Google, da gebe ich ja die Sprache ein, wo ich davon ausgehe, das scheint für das Tool so wichtig zu sein, zu wissen, also für welche Google-Ergebnisse will ich eigentlich Ergebnisse angezeigt bekommen für Deutsch oder für Deutschland. Ja, stimmt, also bei Morningfame kann man das explizit einstellen und ich, da ich selbst Deutsch bin, achte natürlich darauf, dass da auch alles gut funktioniert im Deutschen. Für TubeBuddy, ich kann da nicht so genau sagen, wie das im Detail funktioniert bei denen. Also ich glaube nicht, dass man Sprachen einstellen kann, das wäre definitiv dann ein Vorteil für Morningfame. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen über YouTube reden und ich glaube, also ich habe auch gerade nochmal an meinen Morningfame-Account geschaut, weil die eine große Nachricht, die ich mal mitgeben will, jetzt an dieser Stelle für diesen Podcast, ist, wenn du dir die Mühe machst, Videos zu erstellen für YouTube, dann mach dir auch die Mühe für die Keyword-Recherche, für die Metadaten. Ich denke, Nico, du wirst uns gleich erklären, was ich damit eigentlich meine, weil ohne die Energie ist es, es ist eigentlich die pure Energieverschwendung und ich habe gerade nochmal an meinen Morningfame geschaut und ihr stellt es ja so, und ihr, sage ich schon, du, bist ja nur du, stellst es so wunderbar optisch alles dar, also diese Anzeige, mach mehr von diesen Videos, mach keine von diesen Videos, weil die nicht gut gelaufen sind und wenn ich einfach schaue, mach mehr von diesen Videos, weil du mir vier, meine vier bestlaufenden Videos nebeneinander zeigst und auch sagst, was bei denen so gut gelaufen ist, diese verschiedenen Kategorien, die wichtig sind, die wir, glaube ich, gleich auch besprechen sollten, dann sind es exakt vier Videos, die ich nach einer ausführlichen Keyword-Recherche erstellt habe. Also diese Keyword-Recherche funktioniert hundertprozentig bei YouTube. Genau. Und das müssen, glaube ich, alle verstehen, weshalb du als Zuhörer an so einem Tool wie Morningfame oder nimm auch irgendein anderes, aber ich finde Morningfame gut, nicht vorbeikommst, weil sonst diese Mühe dieses Videomachens und Hochladens eigentlich echt für den Arsch ist, muss man mal so direkt sagen. Ja, genau. Also es ist einfach vor allen Dingen, wenn du einen kleinen Kanal noch hast und eben noch nicht das Publikum auf deinem Kanal schon existiert. Ja, man merkt, je mehr ein Kanal wächst, desto mehr hat man das aktive Publikum. Die Subscriber, Abonnenten, die die Glocke aktiv geschaltet haben, die gucken natürlich immer jedes neu hochgeladene Video. Und wenn die begeistert sind von den Videos, die man früher gemacht hat, dann sind die sehr wahrscheinlich dabei und gucken auch jedes neue Video. Und das gibt jedem Video gewissermaßen so einen garantierten Erfolg. Und das will man auch erreichen. Das funktioniert auch ohne Keyword-Recherche, allerdings erst, wenn man dieses Publikum aufgebaut hat. Interessant, dann lass uns mal über Zahlen reden. Also wir gehen mal davon aus, also ich weiß nicht mal, wie viele Abonnenten ich auf YouTube habe. Vielleicht so um die 2000. Ich habe keine Ahnung. Also es ist eine zu vernachlässigende Anzahl. Wie viele Abonnenten, okay, also wenn ich bei null anfange, mache ich das mit Keyword-Recherche, mit einem Tool wie mit deinem. Und ab wie vielen Abonnenten kann ich denn dann Freestyle-mäßig sagen, ich mache meine eigenen Inhalte und brauche keine Keywords? Also ja, das ist eine schwierige Frage. Also im Prinzip kann man sagen, so richtig sich davon lösen kann man erst, wenn man wirklich ein wirklich großer Kanal ist, sagen wir mal 100.000 Abonnenten so üblicherweise, dann funktioniert, fängt an YouTube ein bisschen anders zu funktionieren, wo quasi ähnliche Leute mit ähnlichen Interessen von den YouTube-Algorithmen gefunden werden und dadurch das Video quasi ein Eigenleben mehr Zuschauer findet, entwickelt. Und bis man da hingekommen ist, braucht man immer auch einen Zustrom von neuem Publikum. Und wirklich am Anfang ist die Keyword-Recherche, also das Ranken der Videos in der Suche, der zuverlässigste Weg, den man hat. Okay, das bedeutet jetzt, also wenn ich zu YouTube gehe und ich bin auf der YouTube-Startseite und ich will, erneulich zum Beispiel, ich will im Sommer nach Corsica und dann gebe ich Corsica-Reisebericht ein. Ja, und die Videos, die mir da angezeigt werden, das ist die YouTube-Suche. Genau. Nur, dass alle Bescheid wissen. Okay, gut. Ja, genau. Und das ist halt eben ein perfekter Weg, weil YouTube nicht unbedingt unterscheidet zwischen, wie groß der Kanal ist für die Suche. Es ist natürlich so, wenn man jetzt einen Suchbegriff, du hast jetzt Corsica-Reise gerade genannt, das ist wahrscheinlich ein sehr kompetitiver, hohe Konkurrenz auf Deutsch Suchbegriff. Da kommen dann, wenn man die Suche aufruft, kommen dann die Ergebnisse von Videos von sehr großen Kanälen wahrscheinlich. Ja. Das muss man dann als kleiner YouTuber noch quasi umschiffen, indem man die Suchbegriffe findet, wo eben die großen Kanäle nicht ihre Videos renken, wo man halt quasi eine offene Lücke gefunden hat, wo nur kleine Kanäle auch unterwegs sind, wo man sich selbst dann gut positionieren kann und so Schritt für Schritt hocharbeiten kann. Also je mehr der Kanal wächst, desto mehr Konkurrenz kann man auch in Angriff nehmen und irgendwann ist man dann groß genug, dass man auch wirklich diese ganz kurzen, sehr konkurrenzreichen Begriffe renken kann. Aber am Anfang, man hat genügend offene Stellen, wo man dann etwas spezifischere Suchbegriffe hat, also wenn man jetzt Korsika-Reise nimmt, das ist natürlich ein großes Thema. Man kann sich, wenn man jetzt in diesem Mindset ist, man plant die Reise, die man gerade gebucht hat dafür. Dann gibt es auch spezifischere Suchbegriffe wie zum Beispiel Wandertagestouren, Wanderrouten in Korsika oder sowas. Dass man immer so variiert, ein bisschen spezifischer wird und dann häufig stellt man fest, dass dort eben nicht mehr die großen Kanäle unterwegs ist und da kann man dann zuverlässig sein eigenes Video platzieren und so ein neues Publikum eben auf den Kanal bekommen. Okay, also ich glaube, die wenigsten meiner Zuhörer haben wahrscheinlich irgendwie so Reiseportale. Das kam ja nur gerade als Idee, aber okay, also wenn ich jetzt sage, ich fange meinen YouTube-Kanal an, weil Sandra gesagt hat, ich soll das machen oder es ist immer noch gut, weil der Vorteil bei YouTube ist ja, YouTube-Videos sind wie Blogartikel und auch Podcasts ein Content-Format, welches lange Bestand hat. Also anders als Instagram-Stories oder Facebook-Posts, die im Nirvana verschwinden nach zehn Minuten, hat das Zeug ja Bestand und YouTube-Videos sammeln ja auch mit der Zeit erst die Views, wie heißt das eigentlich auf Deutsch, die Aufrufe, danke, so dass es sich ja immer noch lohnt. Das heißt, wenn ich anfange als, wir könnten uns mal ein Beispiel-Thema suchen, vielleicht hast du eins, weiß ich nicht. Das heißt, das Erste ist, ich gehe wahrscheinlich mit einer Themen-Idee los, so mache ich das zumindest, wenn ich nach einem neuen YouTube-Video-Thema suche, dann habe ich ja schon Themen im Kopf. Genau, also gesundes Essen können wir zum Beispiel nehmen. Okay, super, nehmen wir Essen, geht immer gut. Und in der Tat, genau, also man hat im Prinzip so ein Konzept, man hat erstmal quasi seine Nische, in dem sich der Kanal grob unterwegs ist, also gesundes Essen zum Beispiel, vegane Ernährung, da kann man sich ja vorstellen, in welche Richtung man da gehen möchte und dementsprechend hat man natürlich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, Videos zu machen, konkrete Rezepte, allgemeine Empfehlungen zum Beispiel zu Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, da kann man dann in verschiedene Richtungen auch noch in die Tiefe gehen, aber man hat ja grob ein Konzept davon, was man mit seinem YouTube-Kanal anfangen möchte und wo man dann entsprechend, welches Publikum will man aufbauen, was dann entsprechend auch sich ergänzt zu dem eigenen Business, was man hat, wenn man zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel verkauft, dann will man natürlich irgendwie Videos dann zum Thema machen, wo man dann auch immer Empfehlungen abgeben kann, welche Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind und dann ist natürlich die Frage, zu welchem konkreten Thema sollte man das Video am Ende machen und dort ist üblicherweise der intuitive Ansatz, dann sich zu überlegen, okay, heute habe ich Lust darauf, eben Möglichkeiten, Vitamin D zum Beispiel zu bekommen, über Nahrungsergänzungsmittel oder eben an die Sonne gehen, wenn es allgemein Wellness ist, dann möchte man zu dem Thema was machen. Allerdings als kleiner Kanal ist es häufig so, was ich schon eben angedeutet habe, manche Suchbegriffe sind halt besetzt von den großen Kanälen. Das heißt... Also Vitamin D wäre wahrscheinlich jetzt auch noch besetzt. Genau, also jedenfalls so im Allgemeinen Vitamin D Nahrungsergänzung, wenn man das eingeben würde, wäre sehr besetzt. Da muss man dann halt eben das ein bisschen umschiffen, alternative Suchbegriffe. Man kann in dem Thema bleiben, aber man muss halt eben ein bisschen flexibel reagieren darauf. Das Keyword-Recherche-Werkzeug wie Morningfame hilft dann natürlich auch dabei, um diese Alternativen zu finden. Aber das ist prinzipiell dieser Denkansatz. Also man hat ungefähr eine grobe Richtung, in die man gehen will. Und dann versucht man, ein passendes Suchwort dafür zu finden, wo man dann quasi das Video renken will. Da muss ich mal ganz kurz einklinken, weil das interessanterweise beim Blogschreiben stört mich das nicht so. Da habe ich aber das Gefühl, dadurch, dass meine Webseite schon so lange irgendwie online ist, kann ich auch größere Keywords schon angehen. Und ich glaube, das verstehen viele, die anfangen, falsch. Und ich merke, dass es mich selber auch so ein bisschen wütend macht manchmal. Und da muss ich mich wieder daran erinnern, für wen ich diese Videos mache. Ja, nicht für mich. Wir haben so ein Thema am Kopf, weil wir mit was rausgehen wollen und haben dieses eine Thema. Dazu mache ich jetzt ein Video. Und dann fängt man die Keyword-Recherche an. Und dieses Tool Morningfame oder nicht nur dein Tool, sondern TubeBuddy, all die Keyword-Tools sagen dir, funktioniert nicht, zu groß, zu viel Wettbewerb, gar kein Suchvolumen geht auch. Und du denkst, das Thema ist doch so wichtig. Wieso sucht denn dazu niemand auf YouTube? Oder wieso hätte ich denn keine Chance, dazu gerankt zu werden? Und ich glaube, diesen Punkt muss man am Anfang, also das muss man wissen, dass das passiert. Und ich habe wahrscheinlich sechs Stunden Keywords recherchiert am Anfang. Also auch, um das Tool kennenzulernen und um einfach mal zu sehen, was sind denn da so die Themen? Und selber überlegt, worüber kann ich denn ein Video machen? Wieder geguckt, wieder, nee, das Thema passt nicht so ganz, da ist die Konkurrenz zu groß, dazu wird wieder zu wenig gesucht, neu anfangen. Ach, das Thema, da kann ich im Video nichts zu sagen, ist zu komplex oder zu kompliziert oder was auch immer. Wieder neu angefangen. Und ich glaube, viele Anfänger machen den Fehler und denken, ich will jetzt ein Video über Vitamin D machen. Also nenne ich mein Video Vitamin D, warum du das im Winter essen musst. Und das bringt natürlich gar nichts. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, hier nicht zu verzweifeln, sondern einfach so lange weiterzusuchen, wenn man so klein ist und eben noch nicht diese Power hat, bis man so kleine Themennischen findet, zu denen man was sagen kann. Genau. Und wenn man eben flexibel ist und sich das vorneweg überlegt und bevor man das Video gedreht hat, dann kann man ja auch entsprechend, wenn man einen guten Suchbegriff gefunden hat, entsprechend das Video so anpassen, dass die Einleitung des Videos so ist, dass es auf den Suchbegriff auch passt. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen die Biege kriegen im Laufe des Videos, dass man auch die Themen bespricht, die man dann letztendlich ursprünglich mal geplant hat. Also man wird ja nicht zu sehr abweichen vom Thema, was man sich geplant hat. Aber dieses Umschiffen, also was du gerade gesagt hast, ist sehr interessant. Das ist auf Google, ist es scheinbar genauso mit den Blogs. Je mehr der YouTube-Kanal wächst, desto mehr hast du auch dann die Möglichkeiten für verschiedene Begriffe zu renken. Das ist auf YouTube genauso. Aber wenn man halt früh anfängt, dann muss man sich ein bisschen daran anpassen, wo hat man denn überhaupt die Chance zu renken und diese Möglichkeiten dann nutzen. Bei Google heißt es Longtail. Genau. Also die, die mir zuhören und meine Kunden wissen das, Longtail-Keywords. Das heißt, wir schreiben keinen Blogartikel zu Nahrungsergänzungsmitteln, sondern wir schreiben einen Blogartikel zu Nahrungsergänzungsmitteln für depressive Frauen im Winter oder so. Keine Ahnung, ob das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber wirklich sehr kleinteilig werden, weil da ist die Konkurrenz kleiner, weil weniger Leute danach suchen. Und ich nehme mal an, das ist eins zu eins dasselbe bei YouTube. Ja, exakt, ganz genau. Und es gibt glücklicherweise Techniken. Also ich habe Tutorials natürlich zum Werkzeug, die man sich dann dazu angucken kann. Aber zum Beispiel eine Technik, um diese Suchbegriffe zu finden, da ja gerade am Anfang für kleine Kanäle es ein bisschen länger dauert, wie du auch selbst beobachtet hast. Zum Beispiel die Alphabet-Methode. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen, Vitamin D. Für die, die das Video gucken, ich schalte mal um in das Keyword-Recherche-Tool bei Morningfame. Aber ihr könnt es auch euch visuell vorstellen, wenn ihr nur hört. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Vitamin D machen, dann gebe ich in die Suchzeile ein Vitamin D. So, jetzt sehe ich natürlich schon die Video-Vorschläge. Man kennt das auf YouTube, wenn man etwas in die Suchzeile eingibt, dann werden darunter eben Suchvorschläge aufgelistet. Und das sind alles potenzielle Suchbegriffe, für die man ranken kann. Und jetzt gibt es diese Alphabet-Methode, Vitamin D, wie man sieht. Ich suche das mal ganz schnell. Alphabet-Methode ist sehr konkurrenzreich. Gut, bei mir sind die Noten nicht so schlecht. Ich habe eine rote Note, was heißt, es ist zu konkurrenzreich. Aber man muss auch daran denken, mein Kanal ist schon über 13.000 Abonnenten. Das ist ein bisschen größer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur ein paar hundert Abonnenten hat, dann wäre das zu konkurrenzreich. Und dann gibt man eben ein, Vitamin D A, Alphabet-Methode. Und dann sehen wir schon in den Vorschlägen, Vitamin D, alles ein großer Irrtum. Vitamin D auffüllen, Vitamin D abnehmen, Vitamin D Aufnahme und so weiter. Und dann gebe ich ein, statt Vitamin D A, Vitamin D B, Vitamin D Baby verabreichen. Vitamin B berechnen, Formel. Und dann C, Covid-19, Vitamin D Covid-19, Vitamin D D, Dosierung, Depression und so weiter. Also ich gehe das Alphabet durch. Übrigens auch eine Funktion hier, einfach direkt durchklicken, für die, dass man durch das Alphabet hier eben entsprechend durchgeht. Und dann kriegt man so eben diese ganzen Ideen. Welche Suchbegriffe gibt es denn um diesen Begriff? Was suchen denn die Zuschauer? Und wenn man das dann entsprechend durchgeht, ich wette, ganz schnell entstehen dann Videoideen, dass man so ein bisschen das Thema, was man ursprünglich im Kopf hatte, auch wirklich darin verpacken kann. Und dann kann man eben vorwärts gehen und mit dieser Optimierung für diesen Suchbegriff das Video dann produzieren. Das in der Suche renken. Und wie du schon eben gesagt hast, das ist eine Investition wirklich für die Zukunft, weil diese in der Suche renkenden Videos für Jahre Aufrufe bringen können. Also es ist wirklich so, für mehrere Jahre, mein bestes Video läuft jetzt schon erfolgreich seit über drei Jahren, bringt mir 50 Aufrufe oder so am Tag. Und man kann sich vorstellen, über drei Jahre gibt es einfach eben an der Stelle wirklich einen Zufluss an Zuschauern zu meinem Kanal, die dann das Ganze eben mehr oder weniger zum Selbstläufer bringen lässt. Also genau, du hast ja, also das Tool erklärt es sehr schön, aber du hast auch Videos dazu, wo du zeigst die verschiedenen Wege. Ich glaube, in einem Video zeigst du sechs verschiedene Wege, auf Keyword-Ideen für Videos zu kommen. Und ich als jemand, der es schon sehr lange bloggt und das auch sehr viel mit Keyword-Recherche macht, einige der Wege kamen mir bekannt vor. Das, was du gerade gezeigt hast mit der Autovervollständigung, das kann man, das kennen viele meiner Kunden wahrscheinlich von der Google-Suche, wo wir das, wo ich das auch zeige. Aber wichtig ist einfach, sich zu merken, dass YouTube auch nur eine Suchmaschine ist und, ups, auch noch von Google. Das heißt, hier ist es genauso wichtig, diese Keyword-Recherche sehr ernst zu nehmen. Okay, also, wenn ich diese ganzen Keyword-Recherchen habe, das, also Morningfame bewertet, ja, die Keywords danach habe ich einen kleinen Kanal, dann hast du diese vier verschiedenen Noten, die mir zeigen, okay, Sandra, das hier kriegt ein grünes Licht, weil, ich habe jetzt gerade vergessen, welche Werte das sind, die du da alle bewertest. Es geht jetzt vielleicht auch zu sehr ins Detail. Wenn ich das dann habe, also ich habe ein Keyword gefunden, wo mir Morningfame sagt, ja, das kannst du nehmen, das passt zu einem kleinen Kanal, damit hast du Erfolgsaussichten. Was muss ich denn dann noch beachten? Genau, also was du gerade erwähnt hast, ist vor allen Dingen die Konkurrenz. Die Konkurrenz ist wirklich mit Abstand das Allerwichtigste, um das erfolgreich werden zu lassen. Wir haben ja auch noch diese andere Dimension des Suchvolumens. Also, wie du schon gesagt hast, auf Google wirklich so gut wie dasselbe. Das Suchvolumen, da konzentrieren sich immer viele darauf, dass sie sagen, sie wollen hohes Suchvolumen, weil sonst bekommen sie nicht genug Aufrufe. Ich meine, auch kleines Suchvolumen ist schon sehr lukrativ, wenn man sich überlegt, was ich gerade erwähnt habe, über Jahre bringt es jeden Tag neue Aufrufe. Das ist was wert. Das sammelt sich, ja, Kleinvieh macht auch Mist. Genau. Und das Wichtigste allerdings ist die Konkurrenz, weil nur wenn die Konkurrenz gering genug ist, dann hat man auch wirklich hohe Erfolgschancen, dass das Video tatsächlich rankt, dass es dort bleibt in den Suchergebnissen über längere Jahre und dadurch halt eben auch den Job macht, dass es soll. Man darf nicht den Fehler machen, dass man sagt, wenn ein Suchbegriff hohes Suchvolumen hat, aber auch hohe Konkurrenz, hohe Konkurrenz ist ja schlecht, dann renkt man nicht und dann hat man auch nichts von dem hohen Suchvolumen am Ende des Tages. Also, das Allerwichtigste ist, sicherzustellen, dass die Konkurrenz gering genug ist, was du eben schon angesprochen hast, das Missed Morning Fame mit vier Noten, die mindestens D-Noten sind, also eine Vier in der Schule auf Deutsch quasi, A, B, C, D, E, F, ist ja im Amerikanischen so. Das ist genug, weil man muss nur gut genug sein, ja. Mit einer Vier ist man durch die Schule durchgekommen und mit einer D-Note auf Morning Fame kommt man auch durch und rankt, ja. Man muss kein Streber sein, man muss nur gut genug sein, was die Konkurrenz angeht, das ist so die Analogie hier. Also, die Konkurrenz muss gering genug sein, dass man dann auch rankt und hoffentlich hat man dann auch höheres Suchvolumen. Wenn nicht so viel ist, auch nicht so schlimm, weil über die Zeit macht eben Kleinvieh auch Mist. Und das sind die Hauptdinge, auf die man achten muss an der Stelle. Und dann geht man ja weiter an den letzten Schritt, auf den wollte ich noch kurz zu sprechen kommen. Das ist eigentlich ja auch das Äquivalent zu, wo packe ich mein Keyword in meinen Blogartikel rein? Und so muss man bei Videos ja auch darauf achten, dass es im Titel steht, dass ich die Description habe und so weiter und so fort. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Weil dein Tool hilft ja dabei auch sehr schön. Ja, genau. Also, wenn man dann diesen Suchbegriff gefunden hat, der geringe Konkurrenz hat und hoffentlich auch höheres Suchvolumen, dann macht man sich ran im nächsten Schritt an den Titel, Beschreibung und Tags. Und oft ist es so, wenn man von Keyword-Recherchen hört... Ganz ehrlich, da unterbreche ich dich gerade mal kurz, Entschuldigung. Aber der Teil, ich glaube, der wird von vielen total vernachlässigt, inklusive mir. Ich habe immer verstanden, ja, der Titel ist wichtig und eine kurze Videobeschreibung. Und dann habe ich über die Jahre so viel widersprüchliche Sachen gehört von dem Neil Patel, der ja SEO, also sehr bekannter SEO-Experte ist, der so monströs lange Beschreibungen unter seinen Videos hat und dann andere große Kanäle, die irgendwie nichts unter ihren Videos stehen haben. Und auch bei den Tags, das hatte ich nie auf dem Schirm. Das habe ich erst so richtig verstanden, als ich angefangen habe, mit Keyword-Tools für YouTube zu arbeiten. Deshalb wollte ich hier kurz einspringen, weil ich glaube, dass es vielen Leuten so geht wie mir. Ja, ja, in der Tat. Da kann man wirklich auch so, wenn man die Parallele zu Blogs auf Google nimmt, dann ist der Titel sehr wichtig. Bei Google vermute ich mal nicht so stark wichtig, das spielt eher der Text eine Rolle. Also bei YouTube ist der Titel das Allerwichtigste. Und da sollte man den Suchbegriff, den man gefunden hat, zum Beispiel Vitamin D im Winter, hatten wir eben zum Beispiel gefunden mit dem, wie auch immer, dass da dieser Suchbegriff Vitamin D im Winter als allererstes im Titel hat. Und dann kann man vielleicht noch hinten was ranhängen, was ein bisschen spektakulär ist. Vitamin D im Winter, um deine Depressionen loszuwerden, zum Beispiel. Irgendwas, was den Menschen anspricht. Aber für die Maschine muss der Suchbegriff idealerweise am Anfang des Titels stehen. Und dann hat es hohe Relevanz. Die Suche sortiert ja die Suchbegriff, die Videos in den Ergebnissen nach Relevanz. Also alles, was relevant ist, dem Suchbegriff entsprechend dazu passt, wird potenziell höher geringt. Und dementsprechend muss man auf den Titel sehr Wert legen. Dann hat man aber auch natürlich die Beschreibung, die Infobox und die Tags. Und dort kann man diese Infobox, kann man verstehen, ähnlich wie der Artikel, der Blogartikel selber, also der Text in dem Blogartikel. Krass, okay. Und auf Google ist es ja so, dass wir dafür sorgen, dass die Suchbegriffe so reingewoben werden in diesen Text, richtig? Ja. Und das machen wir auf YouTube ganz genauso. Das wird auch unterstützt mit dem Werkzeug, der unterstreicht dann die Suchbegriffe, man sammelt die in den Tags zusammen, also verwandte Suchbegriffe, ja, Vitamin D, Vitamin D im Winter, Vitamin D in der kalten Jahreszeit, welche Suchbegriffe da um das Thema halt eben auch Sinn machen. Wir versuchen ja, das Thema des Videos der Suchmaschine zu erklären. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Das heißt, in den Tags sammeln wir dann diese verschiedenen, ähnlichen Suchbegriffe zusammen zu dem Hauptsuchbegriff, den wir am Anfang identifiziert haben, um dem sich das alles rankt dann am Ende, was auch in den Titel reinkommt. In den Tags sammeln wir dann verwandte Suchbegriffe und dann weben wir quasi ein paar dieser Suchbegriffe auch noch in die Beschreibung rein. Und was du gerade gesagt hast, Neil Patel zum Beispiel hat sehr lange Infoboxen. Das kann man natürlich machen, wenn man jetzt ein Blogschreiber ist, dann ist das natürlich auch irgendwie die zweite Natur, dass man das dort dann auch macht. Kann man auch. Allerdings ist es so, die Infobox, dort sind der Text weiter oben wichtiger als weiter unten. Also je länger das wird, desto unwichtiger für die Suchmaschine wird das, was man dort schreibt. Ich glaube auch nicht, dass, also Nutzer lesen das ja auch nicht. Also mal ehrlich. Also die schauen die Videos und lesen zwei Zahlen unter dem Video und gut ist, oder? Genau. Also da macht man vielleicht noch alles das, was man sieht, die ersten drei Zahlen, bevor man die Beschreibung aufklappt. Das ist noch für den Benutzer wichtig, aber das ist nicht. Aber das, ich glaube, genau, für all die, die jetzt nicht so richtig wissen, wovon wir reden, das Gute ist, dass du in Morningfame ja auch, ich glaube, bis in dem vierten und letzten Schritt, sucht man sich, also schreibt man ja den Titel und die Beschreibung und die Tags, die am vorgeschlagen werden, kann man sich da so zusammensuchen und dann kann man das alles schön speichern. Das habe ich jetzt nämlich mal gemacht für meine Keyword-Recherchen und dann kann ich das ja da rauskopieren in mein Dokument, damit mein Teammitglied dann weiß, ah ja, das hier muss alles bei YouTube eingestellt werden oder wenn du deine YouTube-Video selber hochlädst, kannst du das aus Morningfame direkt rüberkopieren zu YouTube. Genau. Das ist also ziemlich gut. Ich habe abschließend noch ein paar Fragen, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, die ein bisschen weggehen von der Keyword-Recherche. Also zum einen, gibt es jetzt für 2021, gibt es Themen, wo du sagst, die gehen auf YouTube super oder noch besser als sonst oder gar nicht mehr oder gibt es Themen, wo du sagst, also wenn ich ein Business hätte zu diesem Thema, würde ich keine YouTube-Videos machen? Also generell ist eigentlich alles möglich. Ich hatte gerade vor kurzem, Roberto Blake sagt, eigentlich ganz gut, es gibt keine hohe Konkurrenz auf YouTube für hochwertige Inhalte. Hochwertige Inhalte sind immer rar. Es ist nur eine unheimlich große Konkurrenz für mittlere Qualität, sagen wir mal. Also man kann immer hervorstechen, was auch immer man für ein Thema macht, indem man eben noch das gewisse Extra macht. Jetzt zuletzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Kanal Finanztipp kennst, Tipp mit einem P, die informieren über, wie man Geld anlegt, ob man mieten oder kaufen soll. Ist das eine Kooperation mit dem Focus Money oder so? Das weiß ich nicht so genau. Ich habe den Kanal vor ein paar Tagen erst zufällig entdeckt und dort die Person recherchiert die Inhalte so gut, so unglaublich gut, dass zum Beispiel sowas soll man ein Haus kaufen oder lieber doch in einer Mietwohnung bleiben, wirklich in zehn Minuten so gut diskutiert ist, dass ich mir denke, jetzt habe ich was dazugelernt, obwohl ich mich damit mit dem Thema jetzt auch schon früher beschäftigt habe. Und sowas hat dann den Vorteil. Man muss es so betrachten. Und so geht es dann eben auch wirklich mit der Konkurrenz, dass man die umschifft. Man verwendet die Suche, so wie wir das gerade diskutiert haben, und bringt so sein erstes Publikum auf den Kanal rauf. Das ist der zuverlässige Weg, den man machen kann als kleiner Kanal. Aber dann, wenn man dieses Publikum Stück für Stück auf diesem Weg aufbaut, dann ist es so, dass diese Personen merken, dass man eben wirklich das gewisse Extra noch reinsteckt, mehr Informationen, was man sonst eben schwer bekommt, nur durch viel Googlen zum Beispiel. Also man nimmt die Arbeit ab für den Zuschauer, selbst zu googeln sozusagen, wäre ein dieser Werte, die man eben verkaufen kann. Da fällt mir als Kanal noch MyLab ein, hier von, also Öffentlich-Rechtlichen wusste ich nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen bei YouTube so aktiv sind. Aber da dieser Kanal mit, mehr ist ja, Mai, habe ich es vergessen, ich bin leider nicht hier. erklärt, also sie ist Wissenschaftlerin, ich glaube Chemikerin, und erklärt, komplexe Sachverhalte, die uns gerade beschäftigen, zum Beispiel das Thema Vitamin D, auf so unfassbare, gute Art und Weise, aber immer wissenschaftlich fundiert und sehr beeindruckend, dass sowas auf YouTube tatsächlich auch funktionieren kann. Ja, Wahnsinn. Also Themen gehen alle, wichtig ist, hohe Qualität, das heißt, ich suche mir kleine Nischenthemen, wenn ich ein Thema habe, muss ich noch mehr in die Nische rein, bis das Keyword-Tool sagt, ja Sandra, hier ist der Wettbewerb, klein genug kannst du machen, hochwertigen Inhalt dann erstellen. Und jetzt wäre meine Frage, ist denn so eine Videolänge noch wichtig? Weil ich weiß noch, vor ein paar Jahren gab es immer so wilde Diskussionen von großen YouTubern, es muss unter fünf Minuten sein, nein, es muss 15 Minuten sein, wo ich mir denke so, ja was denn jetzt? Also, um genau zu sein, die Videolänge spielt schon noch immer eine Rolle, allerdings ist es nicht so, dass YouTube das vorgibt. Ja, das ist dann oft die Vermutung, dass YouTube irgendwie gestaltet ist, dass es gewisse Längen bevorzugt und dementsprechend muss man sich daran orientieren. Nee, am Ende des Tages geht es darum, was der Zuschauer möchte. Ja, in welchem Mindset ist er gerade? Will er schnell irgendeinen Überblick bekommen und hat nicht die Geduld, ein längeres Video zu gucken? Ja, je nachdem, was das für ein Thema ist. Zum Beispiel, wenn man Video editieren will, zum Beispiel, dann will man ganz schnell den Video-Editor kennenlernen, dass man schon mal die ersten Schnitte machen kann, ohne großen Schnickschnack. und dann ist es natürlich sinnvoll, das Video kurz zu machen, fünf Minuten zum Beispiel und das auch gleich in den Titel reinzuschreiben, in fünf Minuten, weil dann sagen sich die Leute, ich habe ja keinen Nerv, da wirklich so tief einzusteigen. Ich will nur mal schnell mein auf dem iPhone aufgenommenes Video die Pausen rausschneiden und dann auf YouTube hochladen. Ja, mehr will ich gar nicht. Also braucht man da ein kurzes Video dafür. Je nachdem, was man für einen Inhalt aber macht, wie zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, Haus kaufen oder eben doch zur Miete bleiben. Das braucht ein bisschen länger zu erklären. Wenn man dann aber so inhaltlich fundiert, das aufbaut, dass die Zuschauer auch merken, ah, ich sollte dem wirklich die längere Zeit geben, weil da ist Hand und Fuß dran oder wie heißt das Sprichwort? Mein Deutsch wird schlechter. Du bist definitiv zu lange in den USA. Genau. Wir verstehen alle, was du meinst, ja. Genau und da gibt man dann auch länger die Zeit. Also es kommt aufs Publikum an am Ende des Tages. Okay. Und dann noch eine Frage, Frequenz. Wie ist es, wenn ich null habe oder 100 Abonnenten oder weiß ich nicht, klein, ja, ist es dann auch wichtig, wie oft ich ein neues YouTube-Video rausbringe? Weil ich sehe das zum Beispiel bei vielen YouTube-Kanälen, ist bei dir ja auch so, dass dann oben in diesem Kanal-Banner-Bild schon drin steht, neues Video jeden Samstag oder so. Also ist es wichtig, wie oft ein neues Video kommt und auch derselbe Tag immer? Das kann sehr viel wert sein. Also wenn man selber eine Show macht, so wie man das aus dem Fernsehen kennt, die hauptsächlich im Entertainment-Bereich, aber es kann natürlich auch Infotainment sein, dann produziert das quasi eine Gewohnheit bei den Zuschauern. Und das kann unglaublich viel wert sein. Man muss es aber nicht. Also YouTube ist glücklicherweise mittlerweile stärker und stärker. Diese Diskussionen, die du gerade angesprochen hast, die sind früher stärker gewesen, weil YouTube wirklich noch danach gestaltet wurde, dass man am Ball dabei bleiben muss. Das ist heutzutage nicht mehr so. Was wichtig ist, ist hauptsächlich, also dass man eben hochwertige Videos macht, die halt eben über eine Länge Zeit idealerweise zeitlos sind und dadurch eben über Jahre auch wirklich noch Relevanz behalten. Wenn man sowas wie, was ich gesagt habe, Haus kaufen oder zur Miete bleiben, dieses Thema ändert sich nicht so stark. Das ist jahrelang gleich relevant, weil es immer wieder die gleichen Themen sind, die man dort diskutiert. Wenn man mehr zeitlose Videos macht, dann kommt man aus dieser Tretmühle, wirklich regelmäßig hochladen zu müssen, ein bisschen raus, weil für die Suche ist es tatsächlich egal, wie alt das Video ist. Gut, nach fünf bis zehn Jahren versucht dann YouTube schon anzufangen, mehr neuere Videos zu zeigen, aber die Suche an sich spielt keine Rolle, wie alt das Video ist. Also dieses neue Publikum, was man dort bekommt, bleibt auch immer erhalten und wenn man es hinbekommt, und das ist das Wichtigste heutzutage aus YouTube, wir haben tatsächlich mehr und mehr verstanden, wie die Plattform funktioniert als Gemeinschaft sozusagen, dass man immer am Ende des Videos jemandem empfiehlt, welches Video man als nächstes gucken soll. Zum Beispiel das Thema wieder Haus kaufen oder zur Miete bleiben hat eben die Person verglichen mit jemandem, der eben das Eigenkapital, was man investieren würde in das Kaufhaus. Das Eigenkapital natürlich genauso gut, wenn man zur Miete bleibt, dann eben in Aktien investieren kann und so auch seine Wertsteigerung bekommt. Und dementsprechend offensichtliche Frage, naja, wie ist denn das? Wie sollte ich denn investieren, wenn ich doch zur Miete bleiben soll? Und dann gibt es natürlich Sinn, am Ende des Videos zu sagen, okay, und jetzt schaut nochmal das Video dazu, wenn ihr Interesse habt, euer Eigenkapital dann doch lieber zu investieren, zur Miete zu bleiben. Hier ist, wie er es am besten investieren sollte. Also, dass man die Leute motiviert, ein anderes Video zu gucken, weil dann hat man eben diesen Effekt, dass wenn ein neuer Zuschauer auf den Kanal kommt, dass die eben nicht nur ein Video gucken, das, was sie zum Beispiel in der Suche gefunden haben, sondern mehrere Videos hintereinander und damit entsteht so ein quasi so ein Selbstläufer. Und damit ist es dann auch nicht mehr so wichtig, dass regelmäßig die Videos hochgeladen werden auf dem Kanal. Aber ich würde trotzdem empfehlen, will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, man will ja auch sein Publikum aktiv halten, dass sie nicht das Interesse am Kanal verlieren und dann irgendwann nicht mehr wieder zurückkommen, dass man dort doch schon idealerweise einmal die Woche ein Video hochlädt. Das macht es einfach. Ja, ich denke auch. Ich sehe es bei meinem eigenen YouTube-Kanal. Der war nie Priorität, deshalb ist der auch nicht gewachsen. Aber ich sage meinen Kunden auch immer, egal welches Format und sie sollen sich für ein Format entscheiden am Anfang, weil mehr kann man meistens nicht bedienen, wenn man noch kein Team hat. Es sollte wöchentlich sein, weil ich natürlich ja auch meinen E-Mail-Lesern, ich weiß nicht, ob du sowas wie E-Mail-Marketing überhaupt machst oder ob du, natürlich, man kriegt ja sehr viele E-Mails von dir. Ja, ein bisschen schon. Blöder Einkauf, Sandra. Genau, und da will ich ja die Videos auch reinpacken. Deshalb, also vielleicht abschließend nochmal, die Frequenz einmal wöchentlich ist eigentlich ganz schlau, weil man dann auch einen Inhalt hat für seine E-Mail und der Kanal sich so langsam füllen kann. Wunderbar. Wenn jetzt jemand sagt, super, ich will Morningfame mal ausprobieren. Du arbeitest ja mit einem Einladungscode, ja? Genau. Warum eigentlich? Das hat sich so... Hat sich so interessiert. Warum macht ihr das? Ja, genau. Das hat sich so ergeben. Also ich war damals in der Beta-Phase und da hatten die natürlich direkt Sinn gemacht, um eben die Leute reinzukriegen. Allerdings ist es auch wieder so, es ist wirklich nicht einfach, als Solopreneur unterwegs zu sein. Und Customer Support ist für mich wirklich ein großer Stück von meinen Tätigkeiten und alles, was an Customer Support mehr kommt, nimmt mir die Zeit weg, neue Funktionen zu implementieren. Und das ist mir natürlich sehr wichtig. Und dementsprechend habe ich dann die Einladungscodes beibehalten, weil nämlich, ihr kennt es ja alle, die Sales Funnels. Ja. Die Tatsache, wenn jemand über einen Einladungscode reinkommt, dann muss nicht ich die Überzeugungsarbeit leisten, dass das Werkzeug gut ist, sondern dann hat das jemand anderes bereits schon für mich gemacht. Und damit ist dann eben eine ganz andere Verbundenheit mit dem Werkzeug. Ich gebe mir keine Mühe, die Homepage schick zu machen. Ich habe da ein bisschen was da drauf, aber ich weiß ganz genau, dass meine Homepage nicht überzeugt, Leute dann anzumelden, warum das Tool jetzt besser ist als andere Tools zum Beispiel und so weiter und so fort. Natürlich über Customer Support gebe ich immer ausführliche Antworten und da investiere ich auch wirklich Zeit rein, dass ich dann eben qualitativ hochwertige Kontakte habe. Aber ich schätze das sehr wert, dass eben andere dieses Werkzeug empfehlen für die Benutzer, weil dann gehen die Leute eben mit einer ganz anderen Perspektive ran. Okay. Dementsprechend bin ich ganz happy, dass eben viele Leute eben ihre Freunde einladen. Okay. Und wenn jetzt meine Hörer oder Zuschauer oder E-Mail-Leser Morningfame ausprobieren wollen, wie machen sie das? Wo finden sie dich überhaupt? Denn die Schreibweise ist doch interessant. Ich habe nämlich am Anfang mal gar nicht verstanden, dass man das Morningfame ausspricht. Ich dachte so, Morningfah? Hä, was? Genau. Sag mal kurz, wo man dich findet und wie man reinkommt. Genau. Morningfame ist ein bisschen komplizierter. Also Morning, der Morgen und Fame wie berühmt und fa.me. Ist eigentlich ganz einfach, wenn man es mal weiß, dann sieht man es immer. Genau. Also die, die das Video sehen, sehen es auf meinem T-Shirt. Und einen Einladungscode hast du bestimmt auch. Ich denke, in meinen E-Mails. Genau. Ist der für unbegrenzt viele Menschen? Ja, ja. Natürlich. Wunderbar. Wunderbar. Dann gehst du am besten in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Dann packe ich da den Einladungscode rein. Beziehungsweise siehst du ihn in der E-Mail, wenn du auf meiner E-Mail-Liste stehst und ich diese Podcast-Folge raussende. Beziehungsweise packen wir es auch unter das YouTube-Video, wenn ich das darf. Natürlich, natürlich. Super. Okay, also du kannst auf meinem YouTube-Kanal schauen oder in den Shownotes auf Sandra-Holze.com oder in meiner Newsletter-E-Mail, falls du dafür angemeldet bist. Ja, wunderbar. Das war super hilfreich, lieber Nico. Dann bin ich mal gespannt, ob du weiter so undercover unterwegs bist als Ein-Mann-Laden oder irgendwann doch beschließt, größer zu werden. Ich kann mir jetzt, also ich meine, es ist gut am Anfang, Customer Support selber zu machen, weil so lernt man seine Kunden kennen und auch die Macken, die vielleicht das eigene Tool noch hat, wenn es noch welche gibt. Das ist ja schon ganz super. Aber irgendwann kann ich mir vorstellen, ist es auch ein bisschen überwältigend. Das ist wirklich nicht einfach. Aber das ist wirklich, das habe ich gelernt. Du hast ja schon mal anfänglich gesagt, Programmierer wollen Features bauen. Und das Problem hatte ich auch. Und deswegen musste ich auch die ersten anderthalb Jahre komplett wegschmeißen, weil ich eben das falsch gemacht habe. Habe gelernt, auf den Zuschauer zu hören, also den Benutzer. Und dieses Customer Support und dann natürlich, ich habe auch eine Facebook-Gruppe für meine Early Access Members. Das ist sozusagen meine Beta-Phase für neue Funktionen, die ich entwickle. das ist eine Feedback-Schleife, die so unglaublich viel wert ist. Weil sonst könnte das Werkzeug nicht so gut sein, wie es jetzt ist. Wirklich das machen, was die Leute brauchen, intuitiv genug sein und so weiter, dass ich das nicht aufgeben will. Klar, ich habe schon oft überlegt, ob ich jemanden einstellen kann, um das zu machen, weil es ja doch dann auch oft wiederholende Fragen sind, immer die gleichen. Aber da kommt immer zwischen den Zeilen immer mal wieder was rum. Und das inspiriert mich, dann das Werkzeug weiterzuentwickeln. Also ich bin wirklich happy darüber, dass ich eben diese ganze Feedback-Schleife von der ersten Idee, dem Problem, was die Benutzer an mich herantreiben, bis zum Veröffentlichen der neuen Funktion, alles in der Hand habe, weil so kann ich dann wirklich eine Qualität liefern, die größere Teams nicht so einfach können, wo eben die Arbeitsteilung dann das schwierig macht. Okay. Und ich muss sagen, was ich an Morningfame eigentlich so mag, ist, dass es gar nicht so viele Features hat, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Ich bin jetzt auch noch kein Power-User und ich das sogar positiv fand, dass es eine sehr leichte Benutzer, also eine Light-Benutzeroberfläche hat. Also man verliert sich nicht. Es ist nicht so eine massive Erweiterung, wie ich bei TubeBuddy hatte ich zum Beispiel das Gefühl, ich muss mir ein halbes Jahr Videos reinziehen, um zu verstehen, was ich da eigentlich alles machen muss bei diesem Tool. Vielleicht war es auch nur der Eindruck, weiß ich nicht. Und ich persönlich finde es schön, wenn ein Tool sehr konzentriert ist auf wesentliche, wichtige Funktionen, weil als kleiner YouTuber braucht man vielleicht auch gar nicht 100 Features, sondern es reicht schon aus, was es hat. Genau. Wunderbar. Das ist mir auch wichtig. Dann vielen Dank für das Gespräch. Und wie gesagt, wenn du zugehört hast, hol dir den Einladungscode, weil es sich wirklich lohnt. Und wenn du mit YouTube anfangen willst, mach es richtig, denn wenn es dir geht wie mir, dann ist Videos drehen nicht unbedingt energieschonend, sondern eine echt anstrengende, manchmal nervige Sache. Und ich finde, diese Arbeit sollte sich dann ja irgendwie auch lohnen und auszahlen für uns alle. Also viel Erfolg auf YouTube. Vielen Dank, lieber Nico, für deine Zeit. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020